Los Luigi, lass uns weiterschwimmen! Warte auf mich! Was ist los? Oh, ein dicker Fisch! Oh nein, ein dicker Fisch! Nicht fressen lassen, nicht fressen lassen! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, Luigi schmeckt gut! Karztastisch, begrüßen wir euch zu Super Mario Maker 2 hier auf Katze. Heute wieder mit meiner geliebten Co-Moderatorin. Hallo meine Lieben! Es geht weiter, Mario und Luigi sind wieder dabei. Ihr seid wie immer fleißig am Daumen hoch verteilen und kommentieren. Und da dachten wir uns natürlich, let's go! Weitere Aufnahmen, die wir zusammen hier aufzeichnen. Oder let's rutsch, wie Luigi sagen würde. Klingt mir schon mal gut an. Oh Mann! Direkt an so einer peinlichen Stelle verloren. Okay, Achtung, wir laufen mal weiter. Und ich würde sagen, jetzt kommt gleich mal der Hinweis an euch. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von uns beiden verpasst. Schau mal, dein Powerblock! Soll ich den nehmen? Ja, ich kann sowas nicht. Ja, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir da runter. Ich muss erstmal runter. Ich muss erstmal runter aufs Klo. Warte mal, ich will da jetzt runter. Achtung! Oh! Nein! Oh Mann! Egal, ich geh schnell durch. Jetzt hast du deine Blume verloren. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf voraus. Ja, warte doch! Oh! Du hast jetzt aber Glück gehabt. So. Pfeffer! So. Mehr Glück als Verstand. Hier gibt es glaube ich, wenn ich das richtig sehe, multiple snareens nur den Sehner zu holen. Und davon haben wir so einen Aufwand gemacht. Jaja, aber lauf zurück, lauf zurück, mehr gibt es hier nicht. Du, 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 du. Warum habe ich eigentlich keine M знакомere hier? Ey! Warte mal, hier, hier hoch. Weil du mich auf dem Kopf hast! Entäv怎麼樣es sind wir runter? Von links, ja! Von links, ja. Da erwartet der Cooper schon wieder. Achtung, Achtung, Achtung. Nicht, damit du da auch auf deinen Kopf springt. So, sehr gut. Aber jetzt vielleicht. Oh, nein. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Ich will in die Röhre. Dann müssen wir nicht nochmal runter. Mann. So, hier kommen Goombas raus. Ich frisier dich ein bisschen mit meinen Feuerblumen. So, jetzt fällt... Warum steht da fell down? Oh, schön erwischt. Mensch. Muss ich dich wieder retten? Ja, ja, das wäre nicht schlecht. Oh, 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 für mich, für mich, für mich. Oh, fast hätte ich sie dir geklaut. Aber nur fast. Nur fast, genau. Autsch. Sollen wir da reingehen? Ja, logisch gehen wir da rein. Ja, dann mach mal Platz. Ja, ich bin so öfter noch genau, den da oben wollte ich noch holen. So, jetzt rein mit dir, mein guter Freund. Was haben wir denn schon? Eine Dreißiger-Münze. Ich verteile noch ein paar Feuerbälle. Komm, komm, ich brauche deine Hilfe kurz. Ja, komm schon. Oder geh du hoch, geh du hoch. Ich? Ja, ich oder du. Du musst springen, du musst springen. Ja, ich weiß. Ich muss erst Anlauf nehmen. Jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt. Jetzt. Luigi. Jetzt. Oh Mann, jetzt. Das hat wohl ein bisschen länger gedauert, ihr. Jetzt, jetzt. Wir schaffen das schon. Also, los. Nie aufgeben. Ja, du musst schon auf dem Kopf bleiben. Komm. Ja, dann stell dich noch mal hin. So, jetzt. Und spring. Ich hab's fast. Jetzt. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Du musst springen, wenn ich ganz oben bin. Genau. Halt dich halt mal besser fest. Jetzt, jetzt. Achtung. Jetzt. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Komm, 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 komm. Nochmal, nochmal. Oh, nicht stehen bleiben. Jetzt komm zurück. Meine Lieben, glaubt ihr, wir schaffen das noch? Oh, natürlich. Also, geduldig bleiben. Jetzt. Nochmal. Warte, warte. Wenn ich los sag, okay? Los. Du sollst doch springen, wenn ich los sag. So. Oh, Mann, oh. Ja, ja, genau. Endlich. Was lange wert wird endlich gut. Ich hol die noch. So, jetzt rein mit dir. Oh, Powerblock. Wofür ist der da? Weiß ich nicht. Hinduin. Ah, dann könnte man bestimmt da hochkommen. Toll. Das wusste ich auch nicht. Oh, Mann. Okay. Gumba Action. Aber die sollten uns nicht weiter stören. Mich haben sie gestört. So. La, 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 la. Oh, volle Kalle rein. Oh, volle Kalle rein. Jetzt finde ich eine Feuerblume. Schnapp sie dir. Achtung. Oh, ich gehe da runter. Ich gehe da runter. Ich gehe oben. Ja. Ich bereite mich in die Roombas. Warte, warte mal kurz. Warte auf mich. Warte auf mich. Nein, 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 nein. Halt dich fest. Oh, nee. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich muss erstmal noch meine Runde aufs Klo. So, jetzt weiter. Achtung, Gumba. Jei, jei. Jetzt ins Ziel. Ja, wenigstens habe ich das Ziel gut hinbekommen. Laufen die jetzt nicht im Kreis? Nee, doch nicht. Manchmal laufen die so komisch im Kreis. Ist schon mal aufgefallen. Ja, dann tanzen sie. Die tanzen den Boogie Woogie. Den Brothers Boogie Woogie. Okay, weiter geht's zur Brücke. Oder? Ja. Ja? Ja. Nee, guck mal. Es geht direkt zur Blume im Wasser. Eine Wasserblume. Nein. Oh, mei. Ja, das war... Entschuldigung. Wir laufen jetzt einfach über die Karte durch. Und dann geht's jetzt zur Blume. Wir schwimmen mit der Blume. New Super Mario Brothers 3 Strich B Stern. Wofür steht der Stern? Weiß ich nicht. Achtung, Achtung, unsichtbar. Ha. Captain P. Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Wow. So, Vorsicht. Da war ich aber schnell unterwegs. So. Das geht nicht. Komm weiter. Was haben wir hier? Feuerblume. Welche Röhre nehmen wir? Ähm. Kann man da überhaupt rein? Nö. Guck mal. Nee, ich schieb mich doch nicht. So, jetzt. Oh, volle Karte in den Feuerball reingesprungen. Super. Ja, du hast mich mal wieder... So, nein. Rasiert. Du musst auch vorsichtig sein, ja? Ja, Feuerblume. So. Haut. Okay, geschafft. Mega Maschi stand da. Was heißt das? Oh. Mushroom, Mega Mushroom. Aber da war jetzt eine Feuerblume drin. Ja, aber Maschi ist doch... Nee, Mushroom. Mushroom ist Pilz. Ja, aber Maschi lief Abkürzung für Mushroom. Nein. Natürlich. Wie kommen wir denn da rein? Gar nicht. Wir sind so leicht. Madame, bitte nach rechts. So, was haben wir hier? Wow, wow, wow. Achtung, hinter dir. Oh. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Und ich hab mich geduckt. Ach, Madame. Da müssen wir rein. Wo müssen wir rein? Durch die rote Röhre. Okay. So. Mein Fuß war ja schon drin. Dein Fuß. Dein Stinkel... Dein Käsefuß war drin. Mein Käsefuß. Ich hab die Duschküße. So, Secret I'm Up Here steht da. Siehst du das? Das heißt, da... Oh. Ja. Ich wusste nicht, dass es da hoch geht. Egal, jetzt gehen wir raus. Ja, ja. Immer dein Weg. Ah, hier kommt der Zehner. Runter. Ja, nein. Willst du nach links, oder soll ich? Ich geh. Ja, haben sie dir fast die Köpfe geflaschen? Ich geh nach rechts. Ja, warte, 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 aber kurz. Ganz kurz, bis ich den Kills hab. Okay, ich hab ihn. Oh, da waren zwei sogar. Ja, zu spät. Los, los. Ja, mach mir doch nicht Feuers unterm Hintern. Das heißt, Feuer nicht Feuers. Komm, jetzt, beeil dich. Komm, jetzt rein. Ja. So, nächster Bereich für uns. Oh. Nicht so schnell, mein Freund. Ja, komm, jetzt. Oh, und... War mir zu unsicher mit den ganzen Feuerbällen. Ja, du musst ja nicht nochmal da rein. Da ist doch gar nichts. Komm zurück. Oh, okay. Du bist ein Spielverderber. Aber da waren wir das doch schon. Ich wollte es nochmal erkunden. Natürlich, komm. Ja. Aber... Nein. Oh, Luigi. Sieht ein bisschen aus wie in so einem Fabrikgelände hier, ne? Das sieht aus wie ein Fabrikgelände. Ja, 15 Rohre. So, nimm dir die Feuerbälle. Oh, viel Feuer. Also, gibt es aber in Fabriken generell Feuer? Ja, viele Rohre und manchmal Feuer. Ich hab aber noch nie bei einer Buchbinderei Feuer gesehen. Ja, wenn du jetzt von einer Buchbinderei ausgehst. Gehs. Oh, der hat meine Brust verbrannt. Du musst aufpassen. Dann macht er Chickenbrust aus dir. Wenn ich Flügel hätte, wären es Chicken Wings. Oder Chicken Wings. Chicken Wings. Auch lecker. Aber du hast gar nicht dein Pommes Outfit an. Ne, ich bin... Oh, nein! Pass halt besser auf. Nein, ich bin hier der Fastfood-Verkäufer. Ja, eben. Und du bist der Gärtner. Ja. Oh, da ist die Zehlstange. Oh, schade. Was wolltest du? Ja, ich wollte ganz oben. An die Spitze, damit ich da einen Up für uns bekomme. Ein Up, ein Up, ein Up, ein Up, ein Up. Was ist ein Up? Ein Extra-Leben. Ah. Kannst du das auch sagen? Ein Up! Ein Up! Nicht schlecht. Okay. Jetzt kommt der Endboss. Ja, zumindest von Welt 1. Wie viele Welten haben wir heute vor uns? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Vier, glaube ich, oder so. New Super Mario Bros. Six Tower One. Okay. Wofür steht das? Röhre. Okay. Einfach reingedrückt. Ja, woher wolltest du hin noch? Oh, nein. Wir haben nichts bekommen. Ja. Okay, komm. Achtung, Achtung. Da ist wieder ein... Oh. Wie habe ich es bezeichnet in der letzten Folge als Ramboss? Rambock. Okay, komm. Ja, jetzt hast du mir meine Feuerblume geklaut. Rambock, komm. Oh, am Stachel hängen geblieben. Ja. Ai, ai, ai. Uh, Entschuldigung. Und du hast dir deinen... Unerwartet. Deinen Kopf piksen lassen. Ja, deswegen dachte ich, du schützt mich. Ich schütze dich? Nein. Komm mit. Oh, schon wieder. Pass halt auf. Oh, nein. Hol du die Münze. Dö, dö, dö. Ich muss erstmal wieder hochklettern. Okay, danke fürs Warten. Jetzt gemeinsam. Nur zu... Zweit. Kommt man super weit. Ja, oder auch nicht. Mit Uidi. Mach ganz langsam. Achtung. Ja. Und jetzt nutz die Chance. Nutz die Chance. Hier hoch, hier hoch. Da ist noch nichts mehr. Ja, aber ich wollte mich in Sicherheit bringen. Ach so. Oh. Nur weil du wieder im Weg rumstandest. Du bist auf meinen Kopf gesprungen. Ja, weil du im Weg standest. Achtung. Da ist ein Knochenjochen. Knochenjochen. Nein. Pass doch. Uff. Okay, okay. Bitte, bitte sofort. Oh. Verloren. Aber wenigstens haben wir ein Fähnchen gerüttelt kurz davor. Jetzt zum Glück kurz davor. So. Achtung. Zack. Mach dir mal he. Nimm dir die Feuerblume und komm mit. Wow, hast du den Move gesehen von mir? Naja. Schöner Move. Ja, gell? Aber da geht noch mehr. Definitiv. Wow, der hat mich gepiekt. Und der hat mich leider runtergeschwitzt. Warum lässt du dich die ganze Zeit so pieksen? Weiß ich nicht. Ich habe mir schon länger überlegt, ein Tattoo stechen zu lassen. Echt? Ja. Okay. Was haltet ihr von Luigi mit Tattoo? So ein Mario auf dem Oberarm. So als Verbindung. Ein Geschwister-Tattoo. Wow. Also. Jetzt habe ich mir gerade das Gesicht tätowieren lassen. Also einige Katzenfreunde wissen ja, dass ich diesen schwarzen Ring trage am Finger. Ja. Irgendwie sind hier nur Stacheln. Und da sind ja Sprüche drauf. Du kennst ihn ja. Da steht Geduld. Harte Arbeit sozusagen, die man errichten muss, damit man was erreicht. Und Dankbarkeit. Das habe ich deswegen auf dem Ring drauf gravieren lassen, weil ich ja kein Tattoo wollte. Das ist ja auch immer so Typ-Sache. Ich bin jetzt nicht so der Tattoo-Typ oder Tattoo-Freund, sage ich jetzt mal. Wo bist du? Aber ich finde es selber nicht so. Warte jetzt, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Und oh. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Du holst den 50er. Wie immer muss ich die Drecksarbeit erledigen. Achtung. Oh. Ja. Du bist abgesprungen. Ich habe nichts gemacht. Ja, ja, ja. Kann jeder sagen. Nee, um die Geschichte kurz zu beenden. Deswegen habe ich diesen Ring mit dem Spruch drauf, statt irgendwie ein Tattoo. Weil du jetzt von Tattoo gesprochen hast. Oh. Ja. Hier gibt es ganz Körper-Tattoos für mich. Alles klar. Ich werde in jedem Bereich meines Körpers gepiext. Ja, das kannst du laut sagen. Aber wo müssen wir jetzt hin? Darunter, oder? Ja, runter. Hoch geht ja nicht. Ja. Da bin ich schnell mit einem Wandsprung mal hochgedüst. Ich kann den Wandsprung auch... Bum, 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 bum. Du machst ihn platt, ich gucke zu. Der hat mich platt gemacht. Okay, ich glaube, ich helfe dir ein bisschen. Komm, den letzten Treffer machst du, Luigi. Luigi, go! Luigi, los, los! Na gut. Aber du hast es versucht. Ja, und du musst mir manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Na gut. Dann mache ich das. Oh. Guck mal, da ist das Ziel. Aber da ist auch noch mal ein Ramboss. Okay, Entschuldigung. Liebe Kinder, bringt ihm das Wort bei. Hashtag Rambock. Ja. Ich dachte echt immer, dass es Ramboss heißt. Nein, das hat nichts mit dem Boss zu tun, sondern mit einem Bock. Na gut. Also, das Schloss geht jetzt kaputt und wir katapultieren uns in die nächste Welt. Und das ist was? Was schätzt du? Eis. Ich sage Wald. Also, ich glaube, Mario muss Luigi nachher massieren. Was? Ja. Oh nein. New Super Mario Brothers 5-1, sterben. Waren wir schon bei 5-1 sogar? Guck mal, den Kollege da oben. Achtung, der wirft Schneebälle. Aua, Gehirnerschütterung. Schön mit dem Schneeball getroffen. Aua, und voll in den Goomba reingesprochen. So, Achtung, Achtung. Oh. Ja. Und du mit deinem Dickschädel machst natürlich wieder alle Schneebälle her. Da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist. Achtung, Achtung. Spring. Ach so. Komm, lauf schon. Ja. Bäume klettern, Bäume klettern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt bist du, jetzt muss ich ja nicht mehr hochklettern. Ja. Au. Du bist doch ein... Ein bester Freund. Ein Tölpell. Ein Tollpatsch. Ein Tölpell. Tollpatsch 1, 2, 3. Dicht zauber ich ihn nur herbei. Was ist das? Keine Ahnung. So, weiter, weiter, weiter. Goomba, hallo Goomba. Ich nicht, Goomba, ich kann turnen auf der Baumspitze. Ups. Aber das bringt irgendwie gar nichts. Wir müssen weiter. Aber es sieht gut aus. Guck. Hey, komm, kleiner Kletter, Max. Ja, ich komm ja schon. Wenn der Kletter, Max. Kletter, Max. Kletter, Max. Wenn der Kletter, Kletter, Max. Grills ist die Stimmung da. So, kann man die Eiswürfel kaputt machen? Nee. Achtung, Schneeballboy. Autsch. Ich stand gut. Der Schneeballboy, der ist wieder da. Ich gucke erstmal hier oben. Hier gibt es wieder nichts. Da ist eine Fahne, 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 Fahne. Ja, hier haben wir noch kurz eine Handstand. Und etwas Unsichtbares. Boah, wieder Pilze. Ich bleibe stehen. Pilz, 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 Pilz. Wow, da war es rutschig. Komm, bitte mit. Hast du gesehen, wie ich runtergerutscht bin? Nein. Geil. Ich habe auf meine Figur geachtet. Ja. Achtung, da ist nochmal was. Oh. Toll. Eine Münze. Und ein unsichtbarer Block. Siehst du den? Und ich habe... Eisblock, meine ich. Ich glaube, ich muss schneller laufen. Und mir frieren die Füße ab. Also keine Winterschuhe. Nein. Jeder sollte Winterschuhe tragen zu der Jahreszeit. Ja, das stimmt. Also, bruch mit uns. Los geht's. Au. Überleg mir nochmal, ob es losgeht. Ich will die 50er. So. Schon erledigt. Siehst du, ich war kurz konzentriert, habe alles erledigt. Ja, toll. Hast du es gesehen? Komm, 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 komm. Hast du es gesehen? So. Ich habe es gemeistert. Du bist einfach nur rübergesprungen. Nein, ich habe einen Wandsprung gemacht. Echt? Oh ja. Ja, ich schaue jetzt nicht die ganze Zeit, was du so machst. Ich muss ja auf Mario achten. Den steuere ich ja. Ja. Du steuerst da deinen Luigi. Hey. Wo ist denn der Mario hin? Der Luigi? Ziel, 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 Ziel. Tree Gang. Behind the Flag Gang. Ich will auch drüber. Toll. Komm, jetzt rüber. Extra auf den Baum geklettert und gelandet. Das war trotzdem gut. Ja? Ja. Ich fand das klasse und du kriegst auf jeden Fall einen virtuellen Hashtag Applaus. Wow. So. Jetzt kommt wieder so ein Wasserschnee-Level. Und das ist ein der nächste kalte Teich. Nein. Das war Eis und Schnee. Ja. New Super Mario Brothers 3-1 Stern. Wirklich? Ja. Achtung. Ich bin mir immer in die Röhre gegangen, ohne auf mich zu warten. Ja, ich dachte, du kommst mit. Ja, ich brauch doch mal ein bisschen länger. Wasserlevel. Ja. Warum haben wir eigentlich keine Neopren-Anzüge an? Das muss doch furchtbar kalt sein. Ja, aber wir können in dem Spiel alles. Wow. Wir können alles. Wir können sogar unter Wasser atmen, wie du sehen kannst. Guck mal, hier ist ein Power-Block. Hier drücken wir mal drauf. Das ist kein Power-Block, das ist ein P-Block. P-Block. Wofür steht P-Block eigentlich? Was ist nicht für Power? Power ist der andere Block. Der P-Block. P-O-W. Siehst du, wie es die Fichten ausweiten? Ja, super gemacht. Ein Schlüssel, du hast den Schlüssel. Ja, warte, warum gehst du da rein, wenn ihr mit der... Ich dachte, wir kommen da hinten rein. Nein. Guck, dann können wir direkt da rein. Deswegen habe ich dir doch den Schlüssel geholt. Ja. Teppichtörtchen. Aber ich hatte keinen Schlüssel. Komm, komm, bevor der frisst, dich frisst. Nein, lass ihn nicht fressen. Schnell, schnell, schnell. Komm, Naio. Der Fisch hat dich gefressen. Toll. Da gibt es doch in der Bibel auch so eine Geschichte, wo ein Walfisch... Ja? Irgendein Mensch, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß jetzt auch nicht. Oh, gestorben. Also, Achtung. So, oh, zwei Fische, zwei Fische. Nein. Wie hast du den einen besiegt? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Vielleicht hat irgendjemand von euch verstanden was. Toll. Da sagt er mal. Oh, die Fische, die machen uns noch fertig. Wo sind wir jetzt? Oh, jetzt hat man den Schlüssel gehabt. Ja. Okay, nochmal die gleiche Stelle für uns. Heute sind wir nicht so gut wie in der letzten Folge, oder? Ja, das sind halt schwerere Level. Nein. Mach deinen Mund zu, du Fisch. Du hast Mundgeruch. Oh, voll auf die grüne Makrele. Das ist keine Makrele. Was ist das dann? Ein Butterfisch. Vielleicht. Nein. Oh. Fast habe ich es geschafft. Fast. So, weiter, weiter, weiter. Weiter. Ich gehe oben lang. Okay, vielleicht auch nicht. München. Ja, ich hole welche, ich hole welche. Ich hole den 50er. Okay, ich hole keine. Ja, da warst du wohl nicht schnell genug. Nein. Aber das passiert. Weil du machst mir immer Weine. Ja. Ich muss mich immer beeilen. Ja, zu Recht, oder? Nein. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Da, 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 da. Da ist meine Röhre. Okay. Mit Sicherheit. Komm mit, komm mit. Ach, ich wollte doch die Münze holen. So, geschafft. Nächster Bereich für uns. Yay. Oh, Flagge. Ja, oh. Jetzt habe ich es nicht mal nach oben geschaut. Mario time. Oh, Mann. Okay, Level beendet. Weiter geht's. Jetzt kommen wir schon ins Schloss. Wir können ja alle mal raten, was als nächstes kommt. Welche Welt kommt als nächstes? Ich sage Wald. Wald, Level, Wald, Level. Wälder sind so schön. Dibidum. Was sagst du denn? Höhle. Höhle. Okay. Ein Höhle. Warte mal. Du hast mir doch den Vortritt gelassen. Oh, das sieht nach einem sehr schweren Level aus. Oh. Oh, der Block kam unerwartet. Ja. So. Vor allem ist es schon wieder so Fitnessstudio. Fitnessstudio, du gehst hoch. Ich hole die Münze. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm, komm, Luigi. Luigi, Luigi. Wir feuern dich an. Komm, komm, komm. Du schaffst das doch. Ganz knapp. Sogar eine Feuerblume. Okay, okay. Jetzt nach links. Ja, ich muss doch erstmal den... Drehen, drehen, drehen. Eieieiei. Wer hat sich denn das Level hier ausgedacht? Eieieiei. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Achtung. Ich hab's geschafft. So geht du da. Oh, da gibt's einen Helm. Warte mal. Den nehme ich. Ich bin der Helmmeister. Mario, der Helmmeister. Den brauchst du, weil er die so auf den Kopf anschlägt. Das ist mein Fahrradhelm. Wo ist mein Fahrrad? Also auf jeden Fall gibt es hier genug Laufbänder. Auf jeden Fall ist das ein echt schwieriges Level. Vorsicht. Ich wurde schon fast wieder tätowiert. Von den Stacheln? Ja. Ich schmeiß mich doch nicht runter. Oh nein, ich habe meinen Helm, meinen Fahrradhelm verloren. Wo ist mein Fahrradhelm? Ich bin im Popo-Gebiet. So, Vorsicht. Lauf doch, lauf doch nicht das Stehenlein. Ich konnte nicht, du hast mir den Weg versperrt. Du konntest trotzdem nach links laufen. Das kann hier jeder bezeugen. Ich brauche keine Zeugen. Doch. Nein. Ich brauche eine Zeugenaussage von dir. So, lalalalalala. Ich bin die Polizei, du brauchst gar nichts. Komm, kleine Polizei. Achtung, Knochenjochen kommt. Weg mit dem. Oh, ich bin doch auf den Panzer gesprungen. So. Für dich, für dich, für dich zu spät. Weg ist es. Ja, viel zu spät. So, warte, ich brauche deinen Kopf, danke. Ja, danke. Und wie komme ich da jetzt rüber? So? Ja. Hast du gut gemacht? Wow, hast du das gesehen? Achtung, Achtung, Wirbel. Wirbelstürm. Wow. Was ist denn jetzt los? Das kam jetzt unerwartet. So. Nein, 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 nein. Konzentrieren. Woran lag das? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Weiß ich nicht. Ich bin schon wieder abgestürzt. Hast du gesehen, wie ich da noch mal ins Bild gesprungen bin? Knochen, Jochen. Ich habe schon wieder einen Knochen, Jochen. Der küsst mich immer. Warum? Warum lässt du dich vor den küssten? Weiß ich nicht. Nein, aber jetzt nicht schubsen, ja? Ich mache gar nichts. Ich stürze ab. Nein, aber ziehe mich nicht runter, danke. So. Jetzt Achtung. Ah, guck mal, das hat uns vorhin weggeschleudert. So, wo muss ich hin? Stacheln, Stacheln, nein. Schubst mich doch nicht. So, ich schmeiße dich nach oben. Check die Lage. Toll. Toll, 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 toll. Was ist da jetzt bitte schiefgelaufen? Und wie willst du da durchkommen? Ja, wahrscheinlich oben rüber, so wie du es vorhattest. Ja, warte mal, ich will per Wandsprung da hoch. Kannst du mich da hochbringen? Ja, den können wir, den kriegen wir hin. Springen, springen, springen. Ja, aber wenn ich in der Luft bin. Ja, ich muss erst mit dir in den Rhythmus kommen. Oh nein, nochmal, nochmal. Ja, nochmal, nochmal. Jetzt. Oh, nochmal. Warte. Warte, warte, jetzt. Oh, ja, ich habe es geschafft. Was ist hier gar nichts? Dö, dö, dö. Oh nein. Oh nein, ich bin abgestützt, ich habe es so gut gemacht. Ah, hier geht es weiter. Okay. Nimm mich mit, freu mich. So, geh du mal da rein. Dö, dö, dö. Was ist denn da? Nix. Gedrückt halten, gedrückt halten. Komm nicht hoch. Ja, okay. Warte. Dö, Feuerblumen. 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 So, starren, starren, starren. Wie wollen wir da hingehen, Andi? Ah, man muss da hochklettern und dann fallen lassen, oder? Ja, warte. So, guck mal, hier gibt es aber auch noch einen Weg. Nehmen wir den. Der ist sicherer. Sicherheit geht immer vor. Safety first. Ich laufe immer mit einer Warnweste rum. Doch. Glaubt ihr das wirklich? Achtung, Konzentration. Baby Bowser. Ich meine Bowser Junior. So, der ist verwirrt. Oh, ja, ja. Wow. So, okay. Ein guter Treffer, ein guter Treffer. Nein. Oh, geschafft. Oh, Achtung, 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 Achtung. Der hat mir Feuer unterm Hintern gemacht. Schnappekiste. Oh, eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Bist du oder gehe ich? Beide. Okay, ich mache das kurz. Aber wir haben uns beide in Sicherheit gebracht. Ja. Haben wir das nicht gut gemacht? Hashtag Applaus 2. Du standest mega im Weg. Wenn ich eins gut kann, kann das im Weg stehen. Hm. Was? Jetzt, Achtung, was ist dein Tipp? Ich sage Höhle. Ach so, stimmt ja. Ich sage Wald. Okay. Aber wir bekommen nochmal ein Eislevel. Geht das? Weiß nicht. Weiß nicht. Oder Luft. Wald. Schon wieder Astrid. Das gibt wohl die zweite Massage für Luigi. Was? Schreibt bitte in die Kommentare, ob das fair war. Das war fair. Nein. Doch. New Super Mario Brothers 1-4-Stern. Wofür steht das Stern? Wiggler, Wiggler, Wiggler. Achtung, die sind wütend. Wiggler, Wiggler, Wiggler. Wiggler, Wiggler, Wiggler. Achtung. Gibt es das eigentlichen Just Dance? So. Geht doch mal weg. Ja, ich will sie holen. Aber das ist ein bisschen... Der ist arg sauer auf mich. Der Kollege. Der ist sauer auf dich, weil du ihm irgendwas weggenommen hast. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Yay. Geht weiter, weiter, weiter weg. Ja, ich bin hier schon unterwegs. Aber warte auf mich. Ja. Du spielst hier nicht alleine. Oh nein, ich bin ja trunken. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Weiß ich nicht, ich bin nicht lange genug gesprungen. Typisch Luigi. So. Ist das anstrengend heute mal. Und wieder erst trunken. Du musst drücken, wenn du im Wasser bist. Ah. Ah, okay. Da bist du noch nicht verloren. Du kannst ihn noch retten. Okay, ich wusste nicht, dass ich schwimmen kann. Aber jetzt habe ich verloren. Ja, du hast doch Schwimmflügel. Der hat mich in den Popo gebissen. Ja? Ja. Achtung, Nikla. Ai, ai, ai. Bleib du um. Ja. Warte auf mich, warte auf mich. Okay, okay. Ich bin schon auf der Weg. Ich bin schon auf der Weg. Achtung. Donuts. Das ist auch so ein Kollege. Donuts Brothers. Achtung, 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 Achtung. Ich schwimme, guck, hast du gesehen? Hab ich arg gesprucht. Ich hab arg gesprucht. Jetzt links. Da ist nichts mehr. Komm. Ich muss da hoch. Komm, komm, komm. Dö, 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 dö. W, 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 Baby Bondi. Ja, ich habe mir geholt den Propeller. Was ist da oben? Dreisiger. 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 Ah, nein, der hat mir meinen Propeller geklaut. Da muss jetzt ohne weiter. Mein auch. Toll. Und du bist sogar klein. Ja, weil der Cooper Panther. Otto. Ja, du kickst alle in meine Richtung. Das war ein Versehen. Ja, ja, würde ich auch immer sagen. Das war echt versehen. Okay. Ein Versehen. Ja. Achtung, 50. Ein 50er. Super, ein 50er. Liebe Grüße an die Schweizer, oder? An die 50er. Aber die haben keinen Euro. Ja, ist doch egal. Ich weiß nicht, ob die 50er haben. Achtung, Achtung, komm, 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 komm. Wo bist du denn schon wieder ertrunken? Ich ertrink nicht. Guck, ich schwimme. Weißt du was? Mach, was du willst. Ich geh schon mal ins Ziel. Boah, aber siehst du? Wann sprung. Und tschüss. Gute Nacht. Ertrunken. Nein, ich wollte noch mal hochkommen. Du musst auf jeden Fall in den Schwimmkurs. Ja. Ich habe mein Seepferdchen noch nicht gemacht. Nicht? Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch gleich den Freischwimmer gemacht. Echt jetzt? Mhm. Und dann habe ich einen Bauchplatscher vom 3-Meter-Brett gemacht. Das muss überhaupt nicht wehtun. Doch. Hast du geweint? Nein. Ehrlich? Ich habe mich so gefreut, dass ich mich getraut habe. Und dann, das war die letzte Prüfung. Und ein Muss, damit man das Abzeichen bekommt. Und dann war es mir egal, wie ich da runterkomme. Ich wusste nur, ich muss da runter. Und meine beste Freundin ist vor mir gesprungen. Und dann wusste ich, ich kann das auch. Auch mit dem Bauch. Nee, die ist mit den Füßen zuerst ins Wasser. Das war ein bisschen Schäps, das weiß ich noch. Aber. Oh. Und das schon sogar. Achtung. Okay. Das heißt, du bist ein Schwimmprofi. Kann man das so sagen? Ja. Aber Luigi anscheinend noch nicht. Ja, aber mit meiner Feuerblume werde ich alle besiegen. Hä? Was hat das mit dem Schwimmer Luigi zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich möchte dir hier eine freie Bahn bieten, während du da entlangläufst. Wozu ist die Wolke da unten? Toll. Ich bin abgestürzt. Und du hältst dich irgendwie noch wacker. Wacker durch den Wind. Guck, guck, da ist die Wolke. Ja? Die Wolke kann aber nicht. Die Wolke ist irgendwie total sinnlos. Kann nicht. Egal. So ist es halt mit den Wolken. So. Noch ein Joggen. Ja, ich habe den ersten Knochenjoggen voll aus dem Weg geräumt. Aber den zweiten nehmen wir schon richtig in die Arme gelaufen. Den habe ich küsst. Komm, 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 weg, weg. Achtung. Der setzt sich ja wieder zusammen. Ja. Ich war so fasziniert, wie der sich repariert, dass ich nicht weitergelaufen bin. Ja, ich habe dich geobachtet. Oh, schon wieder runtergeflogen. So, was haben wir hier? Ich halte mich kurz. Feuerbummel. Achtung, Achtung. Da speit Feuer. Da speit Feuer, der Kollege. So, schieß, schieß. Gut. Weiter, weiter. Knochenjoggens, die sind gegen Feuer immun. Oh, oh, springen. Ben, wow, wow, wow. Vor allem gibt es so viele von denen. Trampolin. Ich nehme es mit. Ich nehme das Trampolin mit. Du bist so stark. Oh, danke. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich habe gerade deinen Kopf als Trampolin verwendet. Da kam ja noch ein großer Knochenjochen. Hier geht es ein bisschen ab. Nimm ein bisschen viel los. Ja, vor allem ist es ein richtig schweres Level so für zwei Spieler, finde ich. Also, spielt gerne mal die Level im Zweispielermodus. Das ist viel schwieriger als im Einspielermodus, finde ich. Ja, weil du der Profi bist und ich kann es halt nicht. Nein. Sie kann es doch auch, oder? Schreibt doch mal ein bisschen Mut in die Kommentare. Die hat mich gebissen. Ja, dann musst du zurückbeißen. So. Pium, pium, pium. Erledigt. Ich will die Blume noch. Schreibt ihr die Blume? Renn durch, renn durch. Abrennen. Ich zeig dir mal vorbei. Geh. Nimm lieber den oberen Weg, der ist sicherer. So. Okay. Achtung, Achtung. Wow, was ist das für eine Kollegin? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Schlangenpiranha-Pflanze, irgendwie sowas. Kletterpflanze. Kletterpflanze. Okay, ich glaube, ich gehe schon mal alleine vor. Ja, geh mal vor. Wenn ich es schaffe, irgendwie an einem Förderband. Komm, jetzt. Ich kann mich nicht die ganze Zeit schützen. Nein, ich bin ja schon unterwegs. So, was ist da drin? Was hältst du davon, wenn ich nach oben gehe und du guckst unten weiter? Ja, hier sind auf jeden Fall Knochen, Jochen. Ja, aber dann musst du mir irgendwie helfen, da nach oben zu kommen. Ach so, Moment. So. Oh, aber Achtung, jetzt. Ja, perfekt. Kommst du da durch mit deinem Dickschädel? Ich versuch's, ich versuch's. Oh, es wird aber ein bisschen hackelig. Hackelig und bap. Jetzt hab ich's geschafft. Achtung, Knochen, Jochen. Ja. Ich hab den, ich zieh's mit meinen Küchen. Sehr gut. Weiter geht's. Oh, ich hab gar keine Hindernisse. Oh Gott. Wie willst du da durch? Ja, das freut mich auch. Oh, kann man da runter? Ja, das geht. Ja. Du kannst ruhig runterkommen. Für die Sicherheit da oben. Oh Mann, oh, ich darf wieder alles alleine machen. Komm doch schon. Ich komm doch schon. So, jetzt hol dir die Blume und dann geh in den Block. Okay, ich glaub, ich mach das kurz alleine, okay? Ich schwitze. Ich bin schon tot. Das ist so toll. Jetzt bist du über die Blume gesprochen. Ja, egal. Hauptsache in den Block, nein. Hauptsache wir kommen weiter. Ja. Also. Oh, haben wir Slary geschafft? Weiß ich nicht. Wenn wir es gleich sehen. Gucken wir mal rein. Wo wir rauskommen. Oh, das sieht irgendwie... Endboss 11. Genau, nach einem Endboss aus. Eine riesige... Wer ist das? Der riesige Rollmobbs namens Boom Boom. Boom Boom. Boom 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 Boom. I got you in my room oder so ähnlich. Ach du. Hui. Okay. Einen Treffer noch und dann haben wir ihn. Den letzten Treffer machst du. Den letzten Treffer machst du. Komm schnell. Jetzt auf seinen Kopf. Boah. Du bist richtig gut. Naja. Der letzte war halt meiner. Ja, aber ansonsten hast du ihn vorbereitet sozusagen. Aber du warst gut. Dankeschön. Ich habe noch versucht ganz nach oben zu kommen. Ja. Und das war... Ouija. Ouija time. Ouija time. Und jetzt geht es in die... Was sagst du? Ich sage... In die Luft. Okay, ich sage Universum. Lava. Na gut. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Ich habe heute schon so oft heiße Füße bekommen. Da ist... Ich bin für alles bereit. Sag mal heiße Füße. Heiße Füße. Okay. Döööö. Hä? Sind wir jetzt in der Wüste? Nee. Oh. Hä? Wo gehst du denn hin? Wir müssen doch mal durch. Entschuldigung. Ich hatte ein bisschen Angst. Was ich gesehen habe, hat mir Angst gemacht. Ja, ja, ja. Also, jetzt schnell durch die Tür. Durch die Tür? Ja, natürlich. Und ich glaube, ihr die Lava steigt. Ach, du liebe Zeit. Okay. Okay. Oh, der hat mich geküsst. Hier muss man sich auf jeden Fall beeilen, so wie es aussieht. Feuerblume. Sehr gut. Du gehst links, ich gehe rechts. Okay. Oh, okay. Rechts gibt es nichts. Geht da rein. Geht da rein. Nein, geht da rein. Da ist doch gar nichts mehr. Aber ich komme nicht rein. Was willst du? Die Tür kommt nicht. Ah, in die Röhre kommt man nicht. Nicht? Nein. Ja, ich weiß. Ich habe die doch verwendet, um nach oben zu kommen. Hä? 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 Weiß der nicht. Warum nicht? Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigesprochen. Okay, pass. Boah, wir müssen da jetzt schon wieder hoch. Wandsprung, Wandsprung. Ja, Wandsprung, Wandsprung. Das ist nicht mein Sprung. Probier es, probier es, bevor Lava kommt. Guck mal, wie viele Goombas hier leben. Das ist eine... Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Nein, was denn? Wandsprung. Hast du es geschafft? Ja, natürlich. Ja, doch auch. Ja. So, jetzt weiter, weiter. Flagge, Flagge, Flagge. Ich hole sie. Ich hole sie, ich hole sie. Wir müssen nach rechts. Oh, das ist aber wild hier. Oh, jetzt hast du mich da runtergezogen. Oh, das war jetzt deine Schuld. Mit deiner Schuld. Na gut, tut mir leid. Ja. So. 30er hole ich mir. Mit einer Stampfattacke. Jetzt geht es nach oben. Ab durch die Tür, Freund. Freund, Freund, Freund. Ich komme. Habeldi, 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 Habeldui. Achtung. Luftströmung. Sehr gut. Achtung, Stachel, Stachel. Oh, ich wollte gerade kommen und dich retten. Ja, du hast die Feuerblumen. Ja, ich weiß nicht, warum du sie wieder verloren hast. Boah, das war aber auch Glück für dich. Ja. Ne, das war Können. Das war Können. Geh durch die Tür. Oh, ich gehe durch die Tür. Na, toll. Ja, ich wusste, ich habe gerade spontan gesehen, dass ich da aufhinein kann. Ego-Trip. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen wieder durch die Tür. Ja. Okay, wo bist du? Durch die Tür gegangen. Na, Papa, la, Papa. Ja, doch. So, jetzt. Müssen wir da rein? Ja, ich glaube schon. Oh, da geht es nicht rein. Wir müssen nach oben. Müssen wir nach oben? Ich dachte nach unten. Hä, aber da unten ist doch nichts mehr. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Denn die Lava steigt weiter. Ich bin ein bisschen ratlos. Ja, guck mal, wenn man da reingeht, kommt man da raus. Ja, ich weiß. Umgekehrt genauso. Ich würde sagen, du... Du sprichst auf meinen Kopf. Ja. Und damit ich so weit nach oben komme wie möglich, und dann gucke ich mir mal oben die Lage an. Nochmal, nochmal. Oh, ja. Wie soll man da bitte alleine hochkommen? Hä? Das geht gar nicht. Vielleicht haben wir den Trampolin übersehen. Kann man das Level im Einplayer-Modus durchspielen? Ich hoffe, das kann jemand von euch testen und uns dann eine Rückmeldung geben in den Kommentaren. Also, der Code des Levels wird ja am Anfang eingeblendet. Und am Ende, glaube ich, auch nochmal, oder? Oh, da schießt jemand. Oder? Ja. Ja? Nee. Weiß ich nicht. Also, am Anfang steht es immer links oben, wenn man das Level betritt. Aber ich glaube, es wird immer eingeblendet, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir... Also, hier stand es jetzt nicht. Aber wir können es euch jetzt mal zeigen, wenn man in das nächste Level geht, steht ja oben im Titel der Titel des Levels. Und links in der Ecke steht immer noch der Code. Das heißt, ihr könnt jedes einzelne Level, das wir hier für euch spielen, auch nochmal selber nachspielen. Ja. Jetzt kommen wir ins Schloss. Das ist der Code. Ja. Okay. Irgendwas japanisches. Achtung. Das wird wieder cool. Oh. Feuer. Ja, aber bisher schlägst du dich ganz gut. Achtung, Wundenbrenner. Wundenbrenner. So, Flughörnchen. Du weißt, mit der Schultertaste kannst du fliegen, ne? Nicht vergessen. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich es umsetzen kann. Kannst du. In dem richtigen Moment einfach fliegen. Okay. Okay, ich fliege nicht. Guck, hast du gesehen? So geht das. Ja. Ich meine ja nur. Wundenbrenner. Na toll. Ei, ei, ei. Achtung, da ist nochmal einer. Ganz vorsichtig. Oh, guck mal, da kann man nach oben. Ich gehe unten. Sollen wir nach oben? Nein, ich gehe unten vorbei. Okay, ich komme mit. Ja, mit. Immer so, wie du es möchtest. Nein, wir sind vorher durch die Tür, die du bist genommen hast. Ja. Okay, Achtung. Ja. Pils, Pils, Pils. Oh, ja, ja. Nein, nein, nein. Schnell weiter, schnell weiter. Nein, nein. Knochenjochen. Knochenjochen. Oh, ich bin auf seinen Mund gesprungen. Ja? Ja, das hat leider nicht gereicht. Knochenjochens Mund ist die Schwachstelle. Die Schwachstelle von Luigi, wie lange. Komm jetzt, oh. Oh, okay. Das ist wieder nicht mein Level, ich sehe schon. Ja, aber alles gut. Schwierigkeitsgrad 100. Ich bin Level 10. 10. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele schon in den Kommentaren geschrieben haben, dass du dich extrem verbessert hast. Ja, aber okay. Okay, tschüss, Knochenjochen. Nicht jeder kann gut sein. Und du gibst dir auf jeden Fall viel mehr. Und du bist auf jeden Fall besser geworden. Muss ich auch zugeben. Ja, okay. Immerhin. So, letztes Münster. Wow, hast du gesehen? Wie ein Robi, was? Ja, wie ich da runtergeslidet bin. Ach so. Ich dachte, du meinst meine Stelle. Nein. So, wow. Ich dachte, der geht weiter. Guck mal, theoretisch kannst du aber oben lang, ne? Ja. Auf dem Bunsenbrenner. Ja, die Stelle ist knifflig, aber ist möglich. So. Komm, komm, komm. Oh. Super knapp. So. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Siehst du es kommen? Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich auch. So, dann mal los. Ach, die Liebezeit. Ach, du Liebesbisschen. Ich habe mir schon die Füße verbrannt. Na toll. Toll, toll, toll. Na toll. Ist das okay? Na toll. Na toll, na toll. So. Oh, ich kann theoretisch ganz nach oben. Okay. Ich habe die Tür erreicht. Guck, guck, guck. Wie hast du das gemacht? Ja. Ich habe geübt. Du wirst immer besser. Ja. Wie machst du das? Ach so, ein Fahne. Ich habe sie geschüttelt. Schüttel, schüttel. Schüttel, rüttel. Boogie, woogie. Oh. Einfach drüber gesprochen. Blablabla, blablabla, blablabla. Ja. Genau. Wolken. Da sind die ganzen Kooperlinge auf den Wolken. Schnell weg hier. Schnell weg, 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 weg. Weg hier. Oh, die schießen in alle Richtungen. Ich komme hier nicht durch. Hier ist sie. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass uns die ganzen Kooperlinge nicht erwischen. Oh nein. Die machen auf jeden Fall eine große Party da oben. Weißt du, was die machen? Eine Grillparty. Ja, eine Grill. Oh nein. Im Wert wirklich. Es gibt Mario Wings und Luigi Wings. Ja, irgendwie habe ich mich doch etwas verbrannt. Zweiter Versuch. Ich habe voll einen Ring ins Gesicht gekriegt. Ja, die Ringe schießt Wendy immer durch die Gegend. Das stimmt, ja. Das sind so Schwimmringe. Ja, ich sehe sie. Oh nein. Siehst du? Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Du machst ja hier alles im Alleingang. Ich habe es fast geschafft. Das war gut. Das war gut. Ja. Komm, komm. Nicht aufgeben. Ich wollte Teil der großen Party sein. Ai, 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 ai. Wow, das ist aber knapp hier. Knapp hier. Knapp, knapp. Ja, nein. Oh nein. Lemmy, Iggy, alle schießen. Großes Feuerwerk. Gott. Soll ich das mitnehmen? Okay, ich nehme es mit. Mal sehen, was das bringt. Ich fliege neben meiner Seitenstraße hinterher. Wir haben es geschafft. Es gab trotzdem fast heiße Füße, ne? Oh. Du stehst, hä? Du standst auf der Röhre und dann bist du durchgerutscht. Aua, aua, aua. Moin, moin, moin. Ja, ähm, du bist plötzlich verschwunden. Wohin? Ja, dich hast in der Luft zerrissen. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Du hast die Axt betätigt und dann warst du weg. Dö, dö, dö. Jetzt kommt die letzte Welt. Welt Nummer 5 für dieses Video zumindest. Oh. Und das ist nur ein Level. Das ist das große Finale. Oh no. Auch ein Regenbogen. Dö, 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 dö. Weißt du, was jetzt kommt? Das ist das große Finale. Da wird bestimmt König Bowser drin sein, oder? König Bowser? Ja. König Bowser. Bowser, Bowser, keine Ahnung. Ist auch egal, so. König Bowser ist der Bruder von König Bowser. Castle Boss Rush. Alle Bossgegner kommen jetzt. Oh nein. Das hast du noch nie gemacht. Glaub mir, das ist so lustig. Aber es ist auch schwer, es ist auch schwer. Ja, ja, das klingt einfach unmenschlich. So. Achtung. Wow. Hier geht ordentlich die Post auf. Vor allem ständig die Lava sinkt und steigt. Oh Gott. Vor allem jetzt ist ja Larry so der Bösewicht, aber das ist nur der Erste. Und ich wurde schon getroffen. Mach's bitte alleine. Aber das ist schon wild hier. Wow. Muss man ganz ehrlich sagen. Du hast den Schlüssel, du hast den Schlüssel. Schnell, komm. Ach so, da drüben ist die Tür. Ja. Ups, ich komme. Nächster Bereich. Nächster Boss, wie wird es sein? Wendy. Wendy. Nee, Roy. Nein, Roy. Oh Gott. Okay, okay. Auf Position. Ja. Ich finde das immer so, der macht immer so lila Blitze aus seinem Zauberstab. Ja, das auch. Und ja, das finde ich tausendmal schwieriger. Echt? Ich finde es eher dieses überraschende Auftauchen immer so komisch. Nein, das macht nur Roy. Ich finde ihn, ich kann mich da nicht konzentrieren. Mein Gott. Weiter geht's. Das heißt, Roy is my favorite Boss. Ja, meins ist glaube ich nicht Roy. Das weiß ich auf jeden Fall. Der Coolste ist immer noch Larry. Hast du einen Liebling? Ich glaube, Wendy. Wobei, die hat die gleichen Reifen wie Larry seinen Zauberstab. Nee, Larry macht keinen. Äh, wie Roy seinen Zauberstab, meine ich. Oh Gott. Roy hat doch auch keine Reihe. Nein, aber aus, aus Wendy, guck mal, Wendys Reifen sind das gleiche wie dieses Lillane, ähm, die Lillanen Blitze. Ja, aber Wendy hat Reifen und Blitze. Wendy hat auch Blitze? Ich glaube schon. Guck mal. So, jetzt sind wir. Boah, den hast du gleich mal den oben. Nein. Oh Mann, Teppichtörtchen. Ja, Lemmy ist auf jeden Fall stark. Ja, weil den muss man so von oben attackieren und der ist schon durch seinen Wald schon so hoch. Warte, guck mal. Ich kann den Drehsprung. Ja, ist doch gut. Endlich drückst du mal auf die R-Taste. Aber, ähm. Du hast den Schlüssel. Weißt du, warum das so knifflig ist? Weil die Bälle einen wegschubsen können. Die ziehen jetzt ab, die schubsen einen in die Lava. Hast du gesehen? Ich habe die Tür verfasst und bin in die Lava. Nee, habe ich gerade nicht gesehen. Ich war wieder auf Mario fixiert. Wer kommt jetzt? Wendy. Wendy. Die gute Frau. Oh, Wendy im Wasser. Okay, das ist... Schwimmkurs bei Wendy. Ja, wir haben ja vorhin von Schwimmen gesprochen. Ja. Jetzt ist der Schwimmkurs. Ja. Und auf ihren Kopf drauf. Achtung, Achtung. Oh. Oh, ich bin ertrunken. Keine gute Schwimmlehrerin auf jeden Fall. Und Luigi sagte hier gerade, fast geschärft. Fast. Kamik. Da kommt die. So, springen geschafft hast. Oh, du hast es geschafft. Ja, ich bin Schlüssel. Wenn ich nicht immer hochspringen würde, würde ich es beutig sagen. Du bist hier der König. Und du bist der König von Barbados. Eher so der Unterwasserwelt. Der König der Unterwasserwelt. König der Unterwasserwelt. Mario und Luigi sagen... Oh. Oh, guck mal, der hat einen eigenen Hund. Ja, aber der ist schon... Oh, der hat mich gepiekt. Oh. So. Wenn er da oben ist, dann haben wir eigentlich eine gute Chance, ihn zu besiegen, muss ich sagen. Ja, aber ich bin auch oben und ist ein bisschen gefährlich. Mal gucken, der kommt gar nicht runter an der Stelle. Ja, das stimmt. Hier unten ist man sicher, aber man muss hoch, um ihn zu besiegen, glaube ich. Na, papa, la, papp. Natürlich. Ja. Du bist halt schon auf dem Weg gemacht. Achtung, Achtung. Ich habe es gleich. Boah, der ist aber echt wild. Das ist ein kleiner Flumi. Jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt hast du ihn. Los geht's. Wer fehlt noch? Ludwig. Morten. Und dann war es das, oder? Oh. Morten. Morten hört ein Hü... Oh. Ja, danke. Einmal vorbei. Der ist aber nicht so wild wie die anderen. Ja. Der muss nur, Achtung... Oh, der hat mich gegrillt. Ja, bei den Stampfattacken. Da muss man springen, damit man nicht paralysiert wird. Ja. Achtung. Oh, der Panzer. Oh nein. Mich hat er jetzt auch erwischt. Jetzt. Jetzt. Ja, ei, ei. Oh, Entschuldigung. Mehr Glück als Bestand der Mario. Jetzt müsste Ludwig kommen. Dann haben wir alle. Ja. Oh, komm, dann nehme ich dich. Oh, ja, bitte. Bitte fall mir da nicht runter. Nein, 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 nein. Oh. Eieieiei, mich hat er erwischt. Aber es war gutes Timing. Fast gutes Timing. Jetzt brauchen wir ein perfektes Timing. Ja. Wenn die Kugel... Jetzt, Achtung, Achtung. Ja. Oh. Und noch ein drittes Mal und dann haben wir ihn. Aber so schwer ist der Kampf von dieser Sicht aus nicht unbedingt. Ja, nö. Von meiner Sicht aus schon mal gar nicht. Ja, du konntest... Aber ich muss die jetzt leider kurz runterwerfen, sonst kann ich den Schlüssel nicht einsetzen. Na, toll. Und tschüss. Ich bin mir... Oh, zum Glück sind wir da nicht runtergefallen. Haben wir es jetzt geschafft? Wir haben es geschafft. Echt? Ja. Ab ins Ziel mit uns. Endlich kommt das Ziel. Endlich kommt das Ziel. Wenn es wahr ist. Oh, oh. Nein. Okay, 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 okay. Wir müssen eigentlich nur zu der Axt. Ja. Wir müssen nur zu der Axt da nach hinten. Ich versuch's, ich versuch's. Wenn er springt, wenn er springt. Yes. Oh, der hat an dir gerochen, hast du gesehen? Echt? Ja. Da hatte ich mich schluchert. Luigi, guck mal, du bist da auf der anderen Seite. Aber du baust mir bestimmt noch eine Brücke. Natürlich baue ich dir eine Brücke, wenn du magst. Ja, natürlich. Ich will ja noch irgendwie zu dir kommen. Oh, da drüben. Ich geh jetzt weg. Tschüss. Ja, wohin? Weiß ich auch nicht. Du hast mit dem Kopf durch die Wand, wie immer. Hey. Level beendet. Ich glaube, wir haben Prinzessin Peach gerettet, oder? Ja, das war mal wieder ein erfolgreiches... Video? Ja, und erfolgreiche Renten. Auf jeden Fall. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr noch weitere Videos zusammen mit meiner Freundin. Tippt da drauf und ihr kommt zu den Videos zu den lustigen Abenteuern. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Community. Na dann, bleibt wie immer Katz... Katz-Tastisch!